Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauunternehmen K&K in Deutschkreuz und Horritschau. Perfektes Wetter zum Sonnenschaukeln. Und endlich gibt es auch eine Schaukel für Erwachsene in Rust. Die soll die Menschen vor die Türe locken und zu mehr Bewegung motivieren. Unter dem Motto Geh raus und geh mit will der Verein Burgenland Extrem, der auch das Wanderhighlight rund um den Neusiedlersee ins Leben gerufen hat, die Freude an der Bewegung wecken. Denn nur 10% unserer Zeit verbringen wir bewegend im Freien. Das ist für mich viel zu wenig. Wir brauchen den Freiraum, wir brauchen die Bewegung draußen, wir brauchen das Vitamin D, wir brauchen die Bewegung im Freien. Das Abenteuer ist draußen. Also raus geht's raus und rein ins Leben. Symbolisch wurde dafür heute die erste Burgenland Extremschaukel in Rust aufgestellt. Die Schaukel ist ein relativ niederschwängliches Ding, sage ich jetzt mal, wo man sich sehr schnell draufsetzt und spielerisch eigentlich damit umgeht. Ich muss jetzt kein Hochleistungssportler sein oder zuerst eine technische Anleitung lesen. Ich setze mich drauf und schaukel und habe Freude daran. Ich finde aber, es ist ein tolles Angebot für die Menschen, wieder in Schwung zu kommen. Und mir würde es persönlich auch nicht schaden. Und in kleinen Schritten wird aus so manchem später sogar ein Extremwanderer. Ich bin begeisterter Burgenland Extremgeher und ich mache sehr viel Bewegung draußen, in der Natur draußen. Die Tour ist super, ist auch für die Gesundheit gut und ja, mir passt das so. Die Burgenland Extremtour wurde auf Mai verschoben. Bis dahin ist also noch reichlich Zeit, sich ins bewegte Leben zurückzuschaukeln. Morgen wird es spürbar kühler und zunächst wechselhaft. Im Lauf des Tages scheint dann überall oft die Sonne mit kräftigem Wind aus Nordwest bis Ost. Die Frühwerte liegen bei 5 und erreichen tagsüber bis zu 13 Grad. Und so geht es weiter. Am Sonntag erwartet uns ein sehr freundlicher Tag mit Temperaturen der Jahreszeit entsprechend. Am Montag gibt es ebenfalls viel Sonnenschein bei Werten bis zu 12 Grad. Der Dienstag wird nach Frühnebel recht sonnig und eine Spur milder. Auch am Mittwoch stehen uns wieder einige Sonnenstunden bei Werten bis zu 16 Grad bevor. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauunternehmen K&K in Deutschkreuz und Horritschow. Der Dienstagòritschow Wie haben wir es wieder closure? nach dem Fö emotiva